Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin Jay von Jayzog.de und ich möchte mal wieder ein Video machen für euch und für mich. Und zwar, einige wissen es schon, viele wahrscheinlich nicht, ich spiele ja unter anderem iRacing und da war gestern das erste Rennen des Transfer V8 Leech Supercars Cup und da bin ich auch direkt mitgefahren. Und das Geile daran ist, ja, ich habe im Qualifying den Pole geholt und ich habe das Rennen gewonnen. Und dafür wollte ich jetzt mal ein quasi geiles Angeber-Video machen und mal richtig dick posen. Aber gleichzeitig wollte ich euch dazu aufrufen, falls ihr iRacing fahrt, falls ihr V8 mögt und falls ihr vor allem die V8 Supercars mögt oder auch lebt, so wie ich das tue, macht doch einfach bei dieser Liga mit. Die ist noch neu, das Fahrerfeld ist noch überschaubar und die Leute bis jetzt sind total cool. Und da ich mir dachte, weil ich so toll gewonnen habe gestern, mache ich jetzt mal ein Video, wie gesagt, ne, und teile mit euch die Freude und rufe dazu auf, dort mitzumachen. Und zwar gibt es das Ganze hier. Einfach auf transworldv8.com registrieren, schreiben, iRacing, Delete-Chun, ihr kriegt dann schon einen Invite und schon seid ihr dabei. Ich glaube, das nächste Rennen, das kommt das Wochenende auf Suzuka und es wird auch vorher Practice-Sessions geben. Und wie gesagt, die Leute sind cool. Das Skill-Level ist auch noch nicht zu hoch bisher, finde ich. Also durchaus, man kann auch, wenn man eher bei den starken Aussies, bei den offiziellen, sage ich mal, V8 Supercars fährt, wenn man da hinten ist, kann man bei dieser schönen Liga durchaus im Mittelfeld oder sogar vielleicht leicht vorne mit etwas Glück mitfahren. Joint uns, macht mit und ich kann nur sagen, geil, Start-Ziel-Sieg. Es kommt, ach ja, genau, es kommt, das Replay wird von mir nochmal gecastet und kommt dann auf jayzog.de just for you. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich in diesem Sinne. Genießt den Tag und das Wetter. Eben hat sogar leicht angefangen zu regnen, was ich geil finde. Also bis dann, euer Chill von jayzog.de. Tschau. Eben hat sogar leicht angefangen zu regnen, was ich geil finde.